Nr. 2 Nina findet das Lied gut, weil sie den Text gut findet, mag, wie Maren singt, weil sie selbst Klavier spielt. Hallo, jetzt ist Nina am Telefon. Hi! Darf ich mir den neuen Song von Maren Martins wünschen? Normalerweise mag ich Musik mit Klavier nicht, aber wenn Maren spielt und das Singen anfängt, bin ich richtig glücklich. Den Text finde ich allerdings zu traurig. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, jetzt ist Nina am Telefon. Hi! Darf ich mir den neuen Song von Maren Martins wünschen? Normalerweise mag ich Musik mit Klavier nicht, aber wenn Maren spielt und das Singen anfängt, bin ich richtig glücklich. Den Text finde ich allerdings zu traurig. Nr. 2 Nina findet das Lied gut, weil sie … Hallo, jetzt ist Nina am Telefon. Hi! Darf ich mir den neuen Song von Maren Martins wünschen? Normalerweise mag ich Musik mit Klavier nicht, aber wenn Maren spielt und das Singen anfängt, bin ich richtig glücklich. Den Text finde ich allerdings zu traurig. Nina findet das Lied gut, weil sie … mag, wie Maren singt. ... ... ... ...